Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Verteilung der Windgeschwindigkeit und der Leistung im Wind beschäftigt haben, wollen wir uns nun der Frage widmen, wie groß ist denn die Leistung, die eine Windturbine tatsächlich aus der anströmenden Luft ziehen kann. Das führt uns dann auf den Leistungsbeiwert, das heißt also dem Verhältnis der Leistung, die im Wind vorhanden ist, im Verhältnis zu der Leistung, die die Turbine tatsächlich nutzen kann, um daraus dann elektrische Energie zu erzeugen. Wie sieht die Situation aus? Wir haben unsere Turbine auf dem Turm und die Turbine wird angeströmt vom Wind mit der Windgeschwindigkeit V1. Hinter der Windturbine haben wir dann die Windgeschwindigkeit V2. Wir haben hier die Fläche, die überstrichen wird von den Rotorflügeln, die nennen wir A. Hier an den Rotorflügeln haben wir die Geschwindigkeit V. Und nun wollen wir uns überlegen, wie sieht das jetzt aus, wenn der Windturbine anströmt, auf die Windturbine trifft und dann natürlich weiter strömt. Was passiert dort physikalisch? Das Erste, was wir wissen, ist, dass der Massenstrom im Punkt, der muss natürlich konstant sein. Das heißt also, dass der Wind, der anströmt, vorne genauso groß sein muss, wie der Wind, der nach hinten abströmt. Wir können jetzt keine Strömung verlieren. Das wollen wir uns jetzt dadurch einmal näher ansehen, dass wir wissen, dass der Massenstrom im Punkt, das hatten wir in der vorherigen Folge ja schon gesehen, das ist die Dichte mal der Volumenstrom V Punkt. Das ist konstant und das hatten wir ja gesehen, das ist Rho mal A mal V, also die Geschwindigkeit des Windes und das ist konstant. Ein weiterer Punkt, den wir uns angucken wollen oder den wir jetzt ansetzen können, die Windgeschwindigkeit V, die hier an der Turbine herrscht. Das ist die mittlere Geschwindigkeit vor der Turbine plus hinter der Turbine. Also daraus ermitteln wir quasi die Geschwindigkeit, die an der Windturbine herrscht. Nun können wir die Leistung bestimmen, die dem Wind entnommen wird. Das ist also hier die Leistung Pn. Wie groß ist die? Das ist die Leistung P. Das hatten wir ja in der Rho mal A mal V hoch 3. So hatten wir die Windleistung definiert und die Leistung, die im Wind steckt, P0. Das ist natürlich die Windgeschwindigkeit V1. Das ist das, was zur Verfügung steht, was hier auf der linken Seite anströmt. Das Pn, wenn wir uns das angucken, wie ist das definiert? Das ist 1,5 Rho, also die Dichte ist natürlich wieder konstant, mal A mal. Na ja, und das ist jetzt die Geschwindigkeit, die wir betrachten wollen, die, naja, die Differenz der Geschwindigkeit, die bereitsteht, minus die Geschwindigkeit, die hinter der Turbine ist. Also V1 Quadrat plus V2 Quadrat. Das ist ein, eine Sache stimmt hier nicht. Wir wollen hier noch mal den Massestrom eintragen, also M Punkt. Das heißt also, das hier ist jetzt die Windleistung, die wir entnehmen können, 1,5. Das hatten wir ja gesehen. M Punkt mal V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Na ja, das M Punkt, das haben wir jetzt ja schon gesehen. Das können wir also schreiben als Pn gleich 1,5. Und mit der Kenntnis hier, dass die Geschwindigkeit an der Turbine V ist, ich glaube, es wirkte hier, dass M Punkt ist Rho mal A mal 1,5 V1 plus V2, also eingesetzt, bekommen wir also mit dieser Kenntnis hier, das setzen wir hier ein und erhalten damit dann 1,5 Rho A V1 plus V2 mal, dann haben wir die Differenz der Geschwindigkeitsquadrate aus der kinetischen Energie. Und das ist unsere Bestimmungsgleichung für das Pn. Das können wir noch etwas umformulieren und halten dann 1,5 mal Rho mal A und dann V1 plus V2 mal und dann die Differenz der Geschwindigkeitsquadrate. Das heißt, wir kennen nun die Leistung, die die Windturbine aus dem Wind ziehen kann. Und die möchten wir jetzt ins Verhältnis setzen zur Leistung, die im Wind vorhanden ist. Und das ist der sogenannte Leistungsbeiwert. Den schreiben wir uns einmal auf. Also Leistungsbeiwert, abgekürzt mit CP. Das ist also das Verhältnis von Pn durch P0. Das setzen wir nun ein. Was erhalten wir dort? Wir haben also im Zähler 1,5 Rho A V1 plus V2 mal V1 Quadrat minus V2 Quadrat dividiert durch 1,5 Rho A V1 Quadrat. Jetzt können wir das noch ein bisschen vereinfachen, weil die Dichte und die Fläche, die überstrichene Fläche gleich groß sind und erhalten damit also im Zähler V1 plus V2 mal V1 Quadrat minus V2 Quadrat dividiert durch die Geschwindigkeit V1 hoch 3 multipliziert mit 2. Mit dieser Gleichung lässt sich also nun dieser, oder das ist die Definition des Leistungsbeiwerts. Und was man jetzt im nächsten Schritt noch betrachten kann, was ist jetzt der maximale Wert für diesen Leistungsbeiwert? Der wäre natürlich idealerweise 1, wenn wir also die maximale, also wenn wir die in der Lage wären, mit der Windturbine die Leistung, die im Wind steckt, vollständig zu nutzen. Dann wäre der Leistungsbeiwert maximal. Das würde aber bedeuten, dass die Geschwindigkeit hier hinten Null sein müsste. Das heißt also, die vollständige kinetische Energie würde genutzt werden und die Luft würde hinterher nicht weiterströmen. Das ist natürlich physikalisch nicht möglich, sondern wir werden auch hier hinter der Turbine natürlich ein Strömen der Luft beobachten. Und die Frage ist jetzt, was ist der maximale Leistungsbeiwert, der auch bezeichnet wird als Bettscher Leistungsbeiwert. Wie bestimmt man nun das Maximum dieses Beiwerts, also den sogenannten Bettscher Leistungsbeiwert? Das ist eigentlich eine ganz gute Rechenübung, die man sich überlegen kann. Das heißt, dass die Frage ist ja, wann wird diese Funktion maximal? Da können Sie sich jetzt einmal überlegen, vielleicht das Video mal pausieren. Wie bestimme ich nun das Maximum von dieser Funktion? Das will ich jetzt gleich im Folgenden einmal vorrechnen. Mein Tipp zum Vorgehen, was bei der Berechnung des Maximalwerts hilft, ist, wenn man eine Hilfsvariable X einführt oder definiert als das Verhältnis der Geschwindigkeiten V2 durch V1. Das heißt, wenn man jetzt dieses X hier, das wir hier definiert haben, hier oben in diese Gleichung für den Leistungsbeiwert einsetzt, dann vereinfacht sich die Gleichung, die Darstellung etwas, um dann das Maximum, dieses Leistungsbeiwert zu berechnen. Wollen wir das mal machen? Das heißt also, wir formen unsere Gleichung für den Leistungsbeiwert einmal um. Also CP, wir multiplizieren den Zähler einmal aus, erhalten dabei V1 hoch 3 minus V1 mal V2 Quadrat plus V2 mal V1 Quadrat minus V2 hoch 3 dividiert durch 2 mal V1 hoch 3. Wir wollen nun die Definition für das X einsetzen in diese Gleichung. Was erhalten wir dabei? Dann erhalten wir CP ist 1 halb. Das ziehen wir vor die Funktion und dann erhalten wir 1. Das heißt, was machen wir jetzt hier schrittweise? Teilen den Bruch auf in vier einzelne Brüche und ersetzen dann das Verhältnis V2 durch V1 durch X. Das haben wir dann da stehen 1 plus X minus X Quadrat minus X hoch 3. Naja, diese Funktion soll jetzt maximal werden. Das heißt, was wir müssen machen, wir müssen diese Funktion, die wir jetzt hier definiert haben, das ist eine Funktion von X. Das lassen wir umschreiben. Also CP als Funktion von X. Und wenn wir das Maximum haben wollen, müssen wir diese Funktion nach X ableiten und die Nullstellen suchen. Das ist ja das, was man aus der Mathematik kennt. Das heißt, also die Ableitung dieser Funktion nach X, das ist relativ einfach. Das ist ein Halb und dann ergibt sich 1 minus 2X minus 3X Quadrat. Und die Forderung ist, dass das Null werden muss. Naja gut, das können wir recht einfach bestimmen. Das heißt, die Klammer muss Null werden. Das heißt, unsere Forderung ist in unserem Fall, dass also 3X Quadrat plus 2X minus 1 gleich Null werden muss. Also nochmal umgestellt und die Vorzeichen gedreht. Ja gut, das können wir jetzt mit der PQ-Formel oder ABC-Formel lösen. Das ist jetzt ja eine quadratische Gleichung. Das heißt also, was ergibt sich damit dann für X1 und X2? Wir kommen durch zwei Lösungen, wobei nur eine physikalisch Sinn macht. Wir setzen das ein in die ABC-Formel, haben wir zusammen. Da steht minus 2 plus minus, dann ist das das Quadrat, 4 plus 12. Das ist ja dann B² minus 4AC dividiert durch 6. Das können wir ausrechnen, das geht ganz gut. 4 plus 12 ist 16, die Wurzel aus 16 ist 4. Also bekommen wir hier minus 2 plus minus 4 dividiert durch 6. Naja, und uns interessiert nur die positive Lösung und nicht die negative Lösung, die mathematisch natürlich auch rauskommt. Das heißt also, als Verhältnis X erhalten wir ein Drittel. Und das ist also gleichzeitig das Verhältnis von V2 durch V1. Naja, und mit diesem Ergebnis, das können wir jetzt einsetzen, wenn wir das jetzt in die Funktion einsetzen, also wie groß ist der Leistungsbeiwert bei dem Verhältnis ein Drittel? Da ergibt sich ein Wert von 0,593. Was heißt dieser Wert nun? Wir sind also in der Lage, physikalisch mit Hilfe dieser Extremwertaufgabe zu bestimmen, was ist die maximale Leistung, die aus der Windenergie gezogen werden kann. Das sind ungefähr 60 Prozent, die 59,3 Prozent. Das heißt also, das ist die maximale Leistung, die unsere Windenergieanlage hier aus dem Wind ziehen kann. Mehr ist physikalisch gar nicht möglich. Dazu kommen natürlich noch die weiteren mechanischen und elektrischen Verluste innerhalb der Windenergieanlage. Aber tatsächlich ist es für die Windenergie an sich thermodynamisch oder schrumpfmechanisch gar nicht möglich, mehr als 59,3 Prozent der Leistung im Wind zu beziehen. Und was wir halt auch sehen auf der rechten Seite, hier das Verhältnis, dass also die Windgeschwindigkeiten sich so verhalten, dass die Windgeschwindigkeit hinter der Windturbine nur noch ein Drittel der Windgeschwindigkeit vor der Turbine ist. Denn auch hieraus bekommen wir ja, dass dann V2 gleich ein Drittel V1 ist. Also was bedeutet das in diesem Fall, wenn wir uns das nochmal hier oben einmal ansehen. Das heißt, im optimalen Fall, wenn wir die maximale Leistung aus dem Wind entnehmen an dieser Stelle, dann ist die Windgeschwindigkeit hier hinten nur noch ein Drittel der Windgeschwindigkeit hier vorne. Also wenn der Wind mit 9 m pro Sekunde anströmen würde, dann würde der Wind hinter der Windturbine mit 3 m pro Sekunde entsprechend weiterströmen. Das ergibt sich also aus diesem Bettschen-Leistungsbeiwert, aus der mathematischen Betrachtung der Verhältnisse der Leistung, die die Windturbine entnehmen kann, im Verhältnis zur Leistung, die im Wind vorherrscht. Sodass wir also hier schon eine physikalische Grenze bestimmt haben, wie viel Leistung eine Windenergieanlage maximal aus dem Wind ziehen kann.